Nächstes Jahr erwartet uns ja so das Chopin Jubiläum und so wollten wir so quasi schon als Vorgeschmack auf viel Chopin, was uns nächstes Jahr sicher erwarten wird, dieses Stück spielen. . 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020